Hey Leute, hier ist dein Best-of. Ja, heute willkommen zu einem neuen Best-of. Dies wird am Samstag erscheinen, ich hab's aber heute schon angefangen zu machen. Und ja, wir hoffen, das gefällt euch und lasst doch mal ein Feedback da, ob ihr noch mehr sehen wollt. Dann mach ich gerne noch eins. Und bis gleich, viel Spaß. Tschüss. Töne mal kurz einen Joghurt. Hä? Wie geht denn das? Wie geht denn der Hurensohn? Stopp, du Nazi! Ja! Ich hab ihn vergaß, Alter. Oh Master, wie fühlen Sie sich jetzt? Ein Jungfurt. Ich hab ja schon die 7-Jährigen verblöden mit dem Game, Alter. Ja, ich wette, die haben das extra gemacht, sodass sie später nicht mehr zocken, weil die schon ausrasten. Ich hab ihn in seinen dreckigen Schwanz geschossen. Ja, ich hab schon 3 zerstört. Also ich hab in den ganzen Runden vielleicht nur einen einzigen zerstört. Und das war's dann schon. Dich soll in deiner Kriegsführung arbeiten. Dich soll in deiner Kriegsführung arbeiten. Du musst ein bisschen an der Kriegsführung arbeiten. Ja, wer hat denn hier drei zerstört? Hä, was hab ich da ausgeschalten? Oh, wie der Gas gibt, Alter! Oh, 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 oh! Wir sind bei dir auch rausgesprungen, Alter! Ja! Was machst du denn? Die Animation, Alter! Was war das denn, Mann? Hat der eine Waffe? Äh, ja! Der ist mit dem russischen Finanzminister verwandt, ne? Ja! Du hast ihn einfach getötet, Alter! Jetzt nicht mehr! Du fährst! Oh! Ich markiere weiter! Äh, siehst du meinen Punkt nicht? Ja, da sehe ich ihn, nachdem ich in den Baum verhangen bin. Alter, packt das mit dir auch so? Oh, shit! Ich weiß nicht, ob das hier jetzt explodiert. Ich bin draußen! Ich bin draußen! Loll! Ich bin draußen! Ich bin draußen! Alter, ich bin draußen! Raus da! Du hast mein Auto gehackt. Ich hab dein Auto nicht gehackt. Hä, warum gibt es denn die ganze Zeit Gas? Ich mach gar nichts. Ich mach grad nichts, ne? Ich bin am Kontrollhaut. Wusstest du, ich bin auch nicht rückwärts fahren oder so. Auf dir nix die Cops, Alter. Ich versteh das gar nicht. Ja, du holen sollst. Hast du verdient, Alter. Karma. Und tot auch noch. So verdient, Mann. Bitte legst du jetzt an. Oh, hier ist ein Punkt. Das sah aus, Alter, wie so ein Alien. Du fliegst bei mir. Du hängst mit dem Kopf an der Decke. Und du hast gerade das Bier in der Luft hingestellt. Trink du mal was. Und der Typ rennt hier grad zwischen den Stühlen. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wie ist der Lied? Nicht zu, Alter, denn hier. Na ja, lange für die 61 Dollar. Was? 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 Die müssen wir Waffen gucken, alle. Äh, Mars, hängt die bei dir hier auch so runter? Ja. Noch ein, mal. Es ist der Brandstifter. Scheiße, Alter. Da komm, das. Was mit dem anderen jetzt? Daher. Ich könnte jetzt einsteigen und dem mitnehmen. Warte, nee, warte, ich will jetzt gucken, ob ich den jetzt auch mitnehmen. Und dann sitzt da zwei Leute drin. Oder sie erschießen nie wieder. Ne, er gibt sich. Wo soll denn uns noch jemand das? Also geht der jetzt dran, wenn ich da ein Telefon bimmeln lasse? Mach mal. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt. Tatsache. Ist der da auch drin. Jetzt nicht mal so unbedingt verfallen, Alter. Okay, ja, Mann. Ich bin mir gespannt, wo sie sind. Jetzt haben sie einen brandunglastlichen Brandstifter und einen Typ mit... Und sie mit mehreren Verurteilungen drin. Oh, 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 oh. Alter. Das wäre ein Fluchthelfer gewesen. Ihr wirst jetzt verfolgt von der Polizei. Sagst du jetzt? Ja, die ist geil, Alter. Das ist der Brandstifter. So, verpischt euch. So. Gutmaßlicher Brandstifter, Alter. Wer nicht? Warum schnell? Er flüchtet. Also, ich muss gucken, was wir jetzt machen. Die Brandstifter. Oh, die kommen. Oh, 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 oh. Zugriff. Zugriff. Mal gucken, was das für gekauft sind. Eine Geschichte von Alkoholmissbrauch. Oh, okay. Oh, jetzt. Frisch vermehlt. Oh, oh. Alter, nur weil er ein Brandstifter ist. So, was machen wir da rein? Holz und so, ne? Stroh, Holz und so n Zeug. Oder erst mal Sachen, die wir... Doch, alles übertragen. Ist gewollt. Alles übertragen. Du musst irgendwas machen. Bin das? Du kriegst ja keinen Schaden. Mach mal. Mach mal nochmal. Hä? Sehr gut, okay. Jetzt kann ich wieder zu dir kommen. Erstens, ich kann mich gar nicht töten auf PvE. Zweitens, Alter, ist deine Leiche gruselig. Vielleicht kommt es mit Töten, weil wir im Tribe waren. Ach so. Ach so. Die sieht aus wie ein Dino. Wie was? Alter, wenn du das sehen würdest. Oh, Alter. 13 zu 16, Alter. Ich hab leider keine Sorgen. Ich hab leider keine Sorgen. Neu kopieren. Camper sind zwischen Mülltonnen. Dildos. Chinesische Malware. Ey, das gibt's doch nicht. Ach so, das zweite Runde. Nein! Alter. Alter, wie knapp. Wenn jemand online ist, dann spiel ich mit den Personen. Und wenn niemand online ist, dann spiel ich halt die ganzen einzelne Spiele. Oder guck halt YouTube. Alter, ich versteh das Spiel nicht mehr. Es ist so fucking unlogisch, ne? Der ist sofort runtergerannt oder weggerannt. Keine Ahnung, was der für ein Problem hatte. Oh, das ist eine Art gewesen. Jetzt ist er ganz oben. Jetzt ist er wieder runtergesprungen. Jetzt geht er die Treppe runter. Jetzt kommt er zu mir. Oh, oh. Oh, 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 oh. Der Hurensohn! Der greift mich an! Los, Katja, töt ihn! Oh, oh shit, er sticht mich ab. Katja ist so dumm, Alter. Ja, das war's auch schon mit dem Best of. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet da wenig lachen. Und ja, auf jeden Fall habe ich Elan mehr davon zu machen. Und während ich hier gegen was verliere, ein schönes Wochenende. Und bis bald.